ja hallo zusammen wieder herzlich willkommen bei Betzmann Gavarnik und noch mal was schönes aus dem 3d drucker raus ein mikrofon halter hochglänzend verchromt auch hier natürlich der preis immer abhängig von der vorarbeit und letztendlich dann auch von den maßen das teil jetzt in der variante 90 euro netto plus steuer und versand also wer sagt ich habe auch so ein schmuckstück aus dem 3d drucker und hätte es gern vergromt oder vergoldet für ein angebot und für entsprechende infos gerne unter info at betzmann-galvanik.de und im internet unter betzmann-galvanik.de